In letzter Zeit haben wir immer wieder über das Thema Persönlichkeitsstörungen bei Autismus gesprochen. Besonders die Borderline-Persönlichkeitsstörung scheint mit einer erhöhten Häufigkeit mit Autismus vergesellschaftet zu sein. So hat man bei ca. 10% aller BorderlinerInnen, ich gendere an dieser Stelle, weil weibliche BorderlinerInnen stärker betroffen zu sein scheinen, gleichzeitig festgestellt, dass auch die Kriterien für Autismus erfüllt würden. In einer Studie nur an weiblichen BorderlinerInnen hat man sogar in bis zu 15% den Verdacht auf Autismus objektivieren können. Und das ist natürlich ein Thema, über welches wir gerade auf diesem Kanal, wo Autismus und Borderline immer wieder thematisiert wird, einmal genauer sprechen sollten. Ja, die eben genannten Zahlen, 10 bzw. sogar bis zu 15% aller Menschen mit Borderline hätten gleichzeitig Autismus, stammen aus dem großen Buch, ich halte es hier mal hoch, von Ludger Thebats van Elst. Das ist der Herausgeber dieses Buches, das Asperger-Syndrom im Erwachsenenalter. Hier in meiner Hand-Ausgabe noch die erste Ausgabe von 2013. Aber diese Zahlen finden sich auch bzw. wurden sogar erweitert, ergänzt in der neuesten Auflage von 2021, aus welcher ich euch auch alle Einblendungen in diesem Video mache. Ja, und dass diese Zahl durchaus realistisch ist, 10 oder vielleicht sogar 15% aller Menschen mit Borderline haben gleichzeitig Autismus, ja, das muss ich, glaube ich, auf diesem Kanal hier niemandem weiterhin beweisen. Ja, denn ich weiß, dass ich auch viele Zuschauerinnen habe, die eine Doppeldiagnose auf Borderline bzw. Autismus schon haben. Die Frage ist doch, wieso haben Menschen mit Borderline so häufig Autismus bzw. wieso scheinen so viele Autisten gleichzeitig eine Borderline-Persönlichkeitsstörung zu entwickeln? Und vor allen Dingen, wie zeigt sich denn überhaupt eine solche Doppeldiagnose, ein solches doppeltes Störungsbild von den Symptomen her in der Praxis? Ja, von den Symptomen her, laut Ludger Theberts von Elst, neigen Patientinnen mit Borderline und Autismus deutlich seltener zu Substanz bzw. Medikamentenmissbrauch, als es eben Betroffene tun, die nur an Borderline erkrankt sind. Ja, wir schauen einmal in die Diagnose-Kriterien. Hier finden wir natürlich die impulsiven Verhaltensweisen für die Borderline-Persönlichkeitsstörung und wir wissen auch sehr sicher, dass Substanz- und Medikamentenmissbrauch eigentlich sogar eins der häufigsten, ich möchte schon fast sagen, Kernsymptome von Menschen mit Borderline-Persönlichkeitsstörung sind. Ja, und wenn zusätzlich Autismus vorliegt, dann scheint diese Neigung zu Substanz- und Medikamentenmissbrauch reduziert zu sein. Ganz anders sieht es allerdings aus, was die Ablehnung des eigenen Selbst anbelangt, was das schlechte Selbstbild anbelangt. Hier wurde gefunden, dass Patienten bzw. Patientinnen mit Borderline und Autismus noch mal ein deutlich negativeres Selbstbild zu haben scheinen, sich selber noch mehr ablehnen, als es bei reinen Borderlinern der Fall ist. Und deswegen, so wird auch im Buch von Ludger Theberts von Elst geschlussfolgert, es ist ganz, ganz wichtig, dass wenn Patienten, Patientinnen mit Borderline-Autismus haben, dieser Autismus auch korrekt erkannt wird, die richtige Diagnose gestellt wird, weil das für die Borderline-Betroffenen, die ein so negatives Selbstbild haben, ganz wichtig wäre, das eigene Anderssein auch zu verstehen, das zurück nachvollziehen zu können, ein bisschen die früheste Kindheit und sich vor allen Dingen deswegen nicht die Schuld zu geben an den ganzen Lebensproblemen, die man hat, dass man immer schon anders gewesen ist als andere. Ja, und häufig würden auch die eigentlich für Autisten so typischen Meltdowns aufgrund von Überforderung und Reizüberflutung in für Menschen mit Borderline so typischen Dissoziationen münden. Laut den Experten vom Universitätsklinikum Freiburg, so ist es im Buch zu entnehmen, und ja, aus der dortigen Spezialsprechstunde für die Borderline-Erkrankten, das Universitätsklinikum Freiburg hat also nicht nur eine Spezialsprechstunde, eine Spezialambulanz für Menschen mit Autismus, sondern auch für Menschen mit Borderline-Persönlichkeitsstörungen, gibt vor allen Dingen der fehlende Blickkontakt von Borderlinern, Borderlinerinnen in dieser Spezialsprechstunde den Anstoß für den ersten Verdacht, dass dort eventuell auch noch zusätzlich eine Autismus-Spektrumsstörung vorhanden sein könnte. Zusätzlich, das vielleicht auch nochmal zur ganz deutlichen Einordnung, ich habe es ja jetzt im Laufe des Videos schon angedeutet, aber hier nochmal in Klarstellung, das wirklich nochmal auszusprechen, natürlich, Autismus ist angeboren und die Borderline-Persönlichkeitsstörung ist erworben. Das heißt, die richtige Reihenfolge ist natürlich, dass wenn ein doppeltes Störungsbild vorliegt, der Autismus eigentlich die Grundlage bilden würde, weil angeboren und zusätzlich dann noch obendrauf die Borderline-Persönlichkeitsstörung entwickelt, draufgesattelt wird. Warum das eventuell so häufig der Fall ist, das sehen wir noch am Ende dieses Videos. Bei der genauen Exploration der Patientinnen fände sich dann in der Biografie und seit der frühesten Kindheit, Zitat nach dem Buch von Ludger Theberts von Elst, das lebenslange Gefühl des Andersseins, die Schwierigkeiten, den Augenkontakt zu halten, die Schwierigkeiten, überhaupt Kontakt zu Gleichaltrigen aufzubauen, die ausgeprägten Probleme mit der kognitiven Empathie oder Theory of Mind, Probleme mit Berührungen und dem Angefasstwerden, das Bedürfnis nach Routinen und erwartungsgemäßen Abläufen, Probleme mit der Affektkontrolle und überbordernden Wutattacken, wenn Erwartungen frustriert werden, das konkretische Missverstehen von metaphorischer Sprache, die nicht enden wollenden interpersonellen Missverständnisse und die sozial-ataktischen, anmutenden Versuche, interpersonelle Beziehungen zu gestalten. Klammer auf, Idealisierung und Abwertung. Klammer zu und Zitat Ende. Ja, das wäre die Symptomatik, die man in der Spezialsprechstunde für die Borderline-Patienten bzw. ich habe es schon gesagt, überwiegend Patientinnen finden würde, nach dem Anfangsverdacht des fehlenden, ausweichenden Blickkontaktes, welche dann eben auf das Zugrunde liegen einer Autismus-Spektrum-Störung hindeuten würden. Ja, kritisch möchte ich dazu anmerken, dass ich also zum einen in meiner über 10-jährigen Erfahrung in und der Leitung von einer Selbsthilfegruppe für erwachsene Menschen mit Autismus zum einen erstmal bestätigen kann, dass vereinzelte Personen zum einen extrem eindeutig autistisch auftreten, zum anderen extrem und sehr eindeutig auch Borderline-typisches Verhalten zeigen. Und das kann natürlich eine solche Selbsthilfegruppe auch sehr durcheinanderwirbeln. Ja, das heißt also, von meiner persönlichen Erfahrung kann ich und möchte ich auch bestätigen, aus der realen Praxis, dass es durchaus Betroffene gibt, die gleichzeitig erkennbar autistisch sind und gleichzeitig auch erkennbar borderlinig unterwegs sind. Ich möchte die einfach mal Asperliner nennen, an dieser Stelle, ja, das heißt also Borderline-Betroffene, die gleichzeitig das Asperger-Syndrom haben beziehungsweise umgekehrt. Ja, zum anderen, das ist jetzt meine kritische Anmerkung, sind viele der gerade zitierten Auffälligkeiten aus dem Buch von Ludger Theberts von Elst und nach den Erfahrungen der Borderline-Sprechstunde beziehungsweise natürlich dann auch nach den Autismusexperten des Universitätsklinikums Freiburg, die jetzt hier auf Autismus, auf einen zugrunde liegenden Autismus hindeuten, würden in ganz, ganz vielen Punkten auch alleine durch das Vorliegen einer Borderline-Störung erklärbar. Und das sind namentlich, ich möchte das auch genau erläutern, das lebenslange Gefühl des Andersseins, welches hier genannt wurde. Ja, es ist durchaus denkbar, dass auch reine Borderliner sich ihr ganzes Leben lang schon anders gefühlt haben, als fremdartig wahrgenommen haben in der Gesellschaft, als Aussätzigen, als Alien. Naja, warum ist das so? Menschen mit Borderline kommen sehr, sehr häufig aus schwierigen Familienverhältnissen. Und wir stellen uns nur den stark alkoholkranken Vater vor, der das ganze Familiengeschehen dominiert. Und das merken natürlich selbst kleinste Kinder. Und natürlich in vielen Fällen werden die Eltern nicht erst alkoholkrank, wenn die Borderline-Betroffenen schon 10 oder 12 oder 14 Jahre alt sind, sondern waren es vielleicht schon ein Leben lang. Und das merken natürlich auch Kinder intuitiv. Hey, meine Familie ist irgendwie anders. In meiner Familie läuft es anders als in anderen Familien. Ich kann keine Freundinnen, keine Freunde mit nach Hause bringen, weil da ist es nur ein Beispiel. Der alkoholkranke Vater, der dort zu Hause immer völlig eskaliert. Ich bin deswegen, ich bin anders als andere Kinder. Ja, dieses Gefühl von anders sein lässt sich auch schon alleine durch die Borderline-Biografie. Und noch bevor sich Borderline als Störung wirklich fest ausgeprägt hat, alleine durch die Familiengeschichte, durch alles, was zu Hause passiert, erklären. Das ist hier ganz wichtig. Zweitens, die Schwierigkeiten, überhaupt Kontakt aufzubauen. Ja, das möchte ich hier mit Einschränkungen kritisieren, mit Einschränkungen sagen, dass das natürlich für Menschen mit Borderline, alleine durch Borderline erklärbar ist. Für erwachsene Borderliner wird es zunehmend schwierig, insbesondere wenn sie stärker sich im Borderline-Spektrum befinden, sie stärker gestört sind durch die Borderline-Persönlichkeitsstörung, überhaupt Kontakte aufzubauen. Viele Borderliner, und das werden meine Zuschauer hier bestätigen, je mehr sich die Irrungen und Wirrungen des Lebens ja fest einprägen in die eigene Biografie, je mehr auch das Denken immer ja abwegiger wird, wird es schwieriger, überhaupt noch Sozialkontakte aufzubauen. Viele Borderliner erleben es, dass das in Online-Chats, in Offline-Kontakten auch eventuell schon nach wenigen Minuten bis Stunden irgendein Sozialkontakt völlig eskaliert und es zum Abbruch kommt. Viele machen die Erfahrung, dass sie vielleicht in jüngeren Jahren noch Sozialkontakte über Monate bis vielleicht einige wenige Jahre aufrecht erhalten konnten, mehr oder weniger gut, es aber immer schlimmer wird. Je mehr sie in die Borderline-Symptomatik hineinrutschen, so mehr sich das alles auch im Leben in praktischen Konsequenzen manifestiert, dass diese Betroffene dann eventuell es nur noch für wenige Wochen schaffen, irgendeinen Sozialkontakt irgendwie zu halten. Und das ist natürlich dann auch kein tieferer Sozialkontakt, weil einfach die Zeit fehlt, um wirklich Dieb zu werden. Und so muss man ganz klar sagen, Erwachsene Borderliner können schon auch ein Symptombild aufweisen, dass sie überhaupt Schwierigkeiten haben, Kontakt zu anderen aufzubauen. Je nachdem, wie scharf und ja, wie zeitlich manifestiert man jetzt den Begriff überhaupt an dieser Stelle deuten möchte. Weiter wurden hier genannt, die ausgeprägten Schwierigkeiten im Bereich der kognitiven Empathie. Ja, auch das lässt sich tatsächlich alleine durch Borderline erklären. Darüber habe ich bereits in vielen Videos auf diesem Kanal auch gesprochen, zum Thema Borderline und Empathie und auch, was das Thema Borderline und Theory of Mind sogar anbelangt. Und hier blende ich euch zum Beleg dessen, dass auch Menschen mit Borderline-Schwierigkeiten mit Empathie und Theory of Mind-Fähigkeit haben entsprechende Nachweise natürlich auch aus der Fachliteratur, aus Studien hier ein. Das heißt, auch dieses Symptom könnte rein auf Borderline zurückzuführen sein. Als nächstes wurde genannt, Probleme oder als nächstes nenne ich als nächstes der hier zitierten Symptome, die auf Autismus hindeuten würden, wo ich sage, hey, das kann auch nur Borderline sein, Probleme mit dem Berühren und angefasst werden. Ja, das kennen wir ganz, ganz häufig von Autisten, die sagen, ich mag es nicht angefasst beziehungsweise berührt zu werden. Aber das ist doch auch eine Sache, die wir bei Menschen mit Borderline ganz häufig antreffen. Warum? Weil Menschen mit Borderline häufig in ihrer Biografie sexuellen Missbrauch erlebt haben. Deswegen ist es doch ganz klar, dass viele Borderliner es nicht gerne mögen, angefasst zu werden. Kontakt, Körperkontakt gerne vermeiden wollen. Und übrigens, da möchte ich auch noch darauf hinweisen, meiner persönlichen Meinung und Erfahrung nach ist sexueller Missbrauch in der Biografie eines oder einen Betroffenen, egal ob jetzt mit Borderline oder nicht, häufig ein Anlass dafür, bei sich selber fälschlicherweise zu vermuten, dass bei einem selber Autismus vorliegen würde. Das ist ganz, ganz wichtig. Möchte ich hier nur mal einschieben. Das ist eine Erfahrung, die habe ich in der Selbsthilfe immer und immer wieder gemacht, dass also viele, die den Selbstverdacht auf Asperger bei sich haben, weil sie eben Probleme haben im sozialen Kontakt, weil sie nicht gerne angefasst werden und im Internet dann zum Beispiel lesen, aha, Autisten werden nicht gerne angefasst, dass sie deswegen vermuten, dass sie Autismus hätten. Wenn man sich dann genauer mit diesen Leuten unterhält und da dann auch mal ein bisschen genauer in die Exploration geht, stellt man fest, die eigentlichen autistischen Kernsymptome werden bei dieser Person aber nicht erfüllt. Wir finden aber in der Biografie dieser Person häufig Missbrauch. Und durch diesen Missbrauch ist dann eigentlich zu erklären, warum diese Person nicht angefasst werden mag. Das ist hier ganz, ganz wichtig. Weiter, Probleme mit der Effektkontrolle und überbordernden Wutattacke. Ja, warum das auch bei Border of Nur mit Borderline zu erklären ist, das bedarf hier, glaube ich, keiner größeren weiteren Erläutung. Ja, Probleme mit der Effektkontrolle und Wutattacken, das sind eines der Kernsymptome, das wir in den Diagnosekriterien finden. Ähm, und ja, das ist wirklich absolut typisch Borderline. Für viele mag es neu sein, dass eben auch Autisten häufig Probleme mit der Effektkontrolle und Wutattacken haben. Aber ja, da muss man ganz klar sagen, auch Autisten haben das. Aber wie gesagt, das ist nun wirklich auch absolut in Reinform auf Borderline zurückzuführen. Ja, das muss nicht an Autismus liegen. Ja, und last but not least, wo ich der Meinung bin, hey, das ist auch nur durch Borderline erklärbar. Die nicht enden wollenden interpersonellen Missverständnisse und die sozial-ataktisch anmutenden Versuche, interpersonelle Beziehungen zu gestalten. Idealisierung und Abwertung. Ja, Idealisierung und Abwertung, ganz typisch auch für die Borderline-Persönlichkeitsstörung. Und ich glaube, ehrlich gesagt, oder ich weiß nicht, wie ich das hier verstehen soll, dass gesagt wird, dass auch Idealisierung und Abwertung, das ist ja das, was hier im Buch gesagt wird, auf Autisten zutreffen soll. Das sehe ich persönlich nicht so. Nicht so, wie es bei Menschen mit Borderline der Fall ist. Autisten haben vielleicht häufig co-abhängige Tendenzen, auch begründet durch ihre Biografie natürlich. Und wenn sie vielleicht zum Beispiel es einmal schaffen, eine partnerschaftliche Beziehung aufzubauen, da vielleicht in Kontakt mit einem netten Mädel oder einem netten Typen zu kommen, was ihnen vielleicht vorher immer nicht gelungen ist, dass sie dann natürlich diese Person auch wirklich liebesflammend wahrnehmen und natürlich auch in dem Sinne idealisieren und im Fokus vor allen Dingen haben, dass Autisten ja häufig sonst keine anderen Sozialkontakte haben. Das ist ja ganz wichtig zu verstehen. Aber die Idealisierung und die Abwertung, insbesondere im schnellen Wechsel, wie bei der Borderline-Persönlichkeitsstörung. Heute Morgen idealisiere ich meinen Partner, heute Abend werte ich ihn schon ab. Das habe ich persönlich bei Autisten in diesem Maße noch nicht beobachten können. Meine kritischen Anmerkungen, meine Erfahrungen. Ja, jetzt nochmal abschließend zu diesem Video. Was ist denn überhaupt jetzt der Link zwischen Autismus und Borderline? Warum scheinen so viele Autisten auch Borderline zu haben? Warum gibt es so viele Autisten unter den Borderliner? Insbesondere, und das ist ganz wichtig, unter den Borderlinerinnen. Richtig, weil wir wissen, und das haben wir auch auf diesem Kanal drin häufiger besprochen, dass Autisten, Autistinnen insbesondere, häufig auch sexuellen Missbrauch erleben in ihrer Biografie. Häufiger als nicht Autistinnen. Warum? Weil sie aufgrund ihrer sozialen Schwierigkeiten, ihrer, ja, ihrer relativen Unfähigkeit, sich in andere Menschen hineinzuversetzen, deren Absichten zu erkennen, eben häufig in Situationen geraten, in denen sie Missbrauch erleiden. Und haben deswegen natürlich auch ein erhöhtes Risiko, deswegen eine Persönlichkeitsstörung, namentlich die Borderline-Persönlichkeitsstörung zu entwickeln. Denn wir wissen ja, dass ein ganz großer Teil aller Menschen mit Borderline sexuellen Missbrauch in der Biografie dort der zu finden ist. Und wir auch davon ausgehen können, dass diese Erlebnisse in der Biografie vieler Borderliner und Borderlinerinnen, insbesondere auch hier wieder, eben der Anstoß sind für die Entstehung von Borderline. Ich hoffe, ich konnte euch mit diesem doch recht umfangreichen Video ein bisschen aufklären zum Thema Autismus und Borderline. Schreibt sehr, sehr gerne in die Kommentare, ob ihr den Eindruck habt, dass bei euch auch Autismus vorliegen könnte und was generell eure Meinung zum Thema ist Autismus plus Borderline. Abonniert wie immer gerne diesen Kanal und wenn ihr mich und dieses ganze YouTube-Projekt mit einem kleinen Betrag finanziell unterstützen möchtet und somit natürlich meine Arbeit hier auch erst möglich macht, werdet von Herzen gerne Kanalmitglied. Wie immer, haltet die Ohren steif, lasst es euch gut gehen und bis zum nächsten Mal.